Hallo, jetzt geht's gleich auf die Reise nach Holland zu unserem Cosplay Workshop. Und ich hoffe, euch gefällt das nächste Video. Wir vloggen einfach mal ein Gartenswochenende, wie wir Kostüme nähen. Hier ist unser Gepäck. Unter anderem, ja, jetzt muss ich die Kamera drehen. Da unten, der Kater bleibt hier. Und unsere Sporttasche. Da kommt noch ein bisschen was rein. Und dann geht's jetzt auch gleich los. Wie viele Kinder hat der denn? Von drei Frauen. Hallo. Was ist das? Eine Kamera. Eine Kamera. Oh, davon habe ich jetzt erinnert. Ich habe eins noch gearbeitet. Diese von Hightechs habe ich nie gesehen. Bin ich irgendwie schockgefrostet worden? Und dann zehn Jahre nicht aufgewacht warst du? Ich habe so was in Hügel. Zwei Stunden, das reicht. So muss ich dazu nicht. Also wir fahren ungefähr eine Stunde. Hier sehen. Marie wasted. Tanschan fast wasted. Denny ist noch wach. Und der Papa voll wasted. Guten Tag. Not you.